Musik Hier zeige ich euch wieder einen persönlichen Gegenstand für aus Ludwigs Besitz in diesem lederbespannten Etui sieht man noch die Reste von in Gold gemalt die Krone und dem L und in dieser Schatulle befindet sich eine silberne Tasse die der König auf seinen Ritten bei sich getragen hat um aus Quellen und Gebirgsbächen zu schöpfen das ist aus feinem Silber ihr seht hier das L mit Krone und dieser Henkel, der ist dann rauszuklappen oder eben wegzuklappen es ist auch eine Silbermarke drauf die es als 900er Silber ausweist und das ist dann rauszuklappen und jetzt kommt es aus Untertitelung des ZDF, 2020